Hi ihr Lieben! Heute gibt es wieder ein Supporter-Video mit der lieben Rebecca von Rebecca Hatsune Miko. Ich hoffe, es ist auch richtig ausgesprochen. Ich tue mich immer super schwer damit. Die eine oder andere Person kennt bestimmt Rebecca schon. Wenn nicht, freue ich mich, sie euch heute vorstellen zu können. Sie macht eben auch Fan-Fictions über Harry Potter und deswegen gibt es heute den zweiten Teil bei ihr auf dem Kanal. Und dann könnt ihr euch ein bisschen zurechtsuchen auf ihrem Kanal, falls euch ihre Stimme und einfach ihre Art und Weise gefällt. Und bei diesem Projekt ging, glaube ich, alles schief, was schief gehen konnte. Ich glaube, ich hatte noch nie so ein chaotisches Projekt, aber es passiert. Und ich glaube, Rebecca und ich haben generell ein sehr chaotisches, habe ich das Gefühl, nicht ich für Rebecca, es ist nicht zu nahe treten, ein sehr chaotisches und auch, ja, also zeitmäßig ist bei uns beiden, glaube ich, sehr am Limit, habe ich manchmal das Gefühl. Aber das hat alles jetzt geklappt. Ich bin froh, dass Rebecca eben Lust hatte, das mitzumachen. Also vielen lieben Dank auch an dich. Und jetzt viel Spaß mit dem Part 1 hier und in der Infobox und am Ende des Videos könnt ihr dann auf Rebeccas Video klicken, um den zweiten Part zu hören. Viel Spaß mit dem Pairing Pansy und Hermine. Du Arsch, du Arsch, du Arsch! Die Worte halten in Hermines Kopf, als sie weinend aus dem Gryffindor-Gemeinschaftsraum rannte. Sie hatte gerade dabei zugesehen, wie ihr bester Freund eine andere Frau küsste. Sie wollte doch mehr von ihm als nur eine Freundschaft und hatte ihm in den letzten Wochen und Monaten Avancen gemacht und überdeutlich gezeigt, dass zwischen ihnen mehr hätte sein können. Doch er sei in ihr immer noch nur eine Freundin. Nur irgendein Mädchen. Ein Mädchen, bei dem man die Hausaufgaben abschreiben konnte. Ein Mädchen, das einem aus der Patsche hilft, während man selber kaum einen Gedanken an sie verschwendet. Weinend rannte sie so lange durch das Schloss, bis sie vor lauter Erschöpfung nicht mehr weiter konnte. Sie schleppte sich auf einen der äußeren kleinen Türme des Schlosses. Auch hier waren die Fenster in den für Hogwarts so typischen und wunderschönen Spitzbögen gestaltet. Der abendliche Himmel spiegelte ihre Gefühlswelt wieder. Die Wolken hingen tief über den schottischen Hügeln und hatten sich zu einer dunklen Suppe zusammengezogen. Sie sog die frische, kalte Luft tief in ihre Lunge. Es roch nach Regen und nasser Erde. Und ihre Tränen versiegten langsam. Hermine schniefte und wischte sich mit dem Handrücken über ihre Nase, als Granger, bist du das? Sie eine Stimme hörte. Verwirrt schaute sie sich um und erkannte Pansy Parkinson, die an einer Wand gelehnt auf dem Boden des Turmes saß. Hermine verdrehte die Augen. Ach, das noch. Was? Toll. Du auch hier? Fragte Hermine ironisch. Pansy stand auf und schlenderte betont langsam zu der Gryffindor hinüber. Hermine fiel auf, dass auch Pansy geweint hatte. Ihr sonst so dick, jedoch perfekt aufgetragene Eyeliner war verschmiert und hatte sich in dunklen Ringen unter ihren Augen ausgebreitet. Sie sah beinahe aus wie ein Panda. Sicher, bei weitem besser gekleidet, jedoch nicht so knuffig wie ein echter dieser flauschigen Bären. Hermine sah Pansy misstrauisch an. Na, auch wegen einem Jungen hier? Fragte Pansy ruhig. Hermine sagte nichts, nickte dann aber und spürte, wie sich erneut ein Kloße in ihrem Hals bildete, als Pansy noch näher an sie herantrat. Sie grinste schämisch. Weißt du was, kleiner Löwe? Wir sind besser als das. Und mit diesen einfachen Worten, dieser runen Behauptung, legte Pansy ihre Hände an Hermines Wange. Ihre Gesichter waren sich nah, viel zu nah, nicht nah genug. Pansy schloss ihre Augen und berührte mit ihren Lippen vorsichtig die von Hermine. Sie küsste sie. Hermines Kopf war wie leergefegt. Kaum ihre eigenen Gedanken her, erwiderte Hermine den Kuss und war erleichtert, in all ihrem Kummer etwas Nähe und Wärme geschenkt zu bekommen. Ihr Kuss wurde leidenschaftlicher und Pansy strich mit ihren Händen sacht über Hermines Rücken und... Hermine löste den Kuss, als Pansys Finger sanft über ihren Hintern strichen. Sie sah Pansy schüchtern an. Ich... also... Schhh... lächelte Pansy und legte Hermine den Daumen auf ihren Mund. Sie strich sanft den Konturen von Hermines Lippen entlang, die sie bis vor einem Augenblick noch mit ihren eigenen erkundet hatte. Ich werde nichts machen, was dir nicht gefallen könnte, hauchte Pansy spitzbübisch, viel zur Nahe an ihren Lippen. Hermine errötete, nickte dann aber und sah Pansy herausfordernd an. Die Slytherin schluckte. Hermine war verletzt, so viel hatte sie bemerkt, und doch strahlte sie Stärke und Entschlossenheit aus. Viel mehr Stärke, als sie sich selber zugestand. Pansy hatte schon einmal ein Mädchen, naja, eine Frau geküsst. Das war irgendwann im letzten Halbjahr an einer ihrer eigenen vermaledeiten Slytherin-Partys passiert. Eine Wette, etwas Dummes, das sie eigentlich nie machen wollte. Das hier aber, das, was ich hier mit Hermine anbahnte, war etwas, was sie machen wollte. Etwas, nachdem ihr Körper sich verzerrte, danach verlangte, und das gänzlich neu für sie war. Pansy beugte sich zu der Gryffindor, und Hermine kam ihr mit einem Kuss entgegen und zog sie näher zu sich. Pansy strich ihr über die Seiten ihrer Talie und ließ ihre Finger weiter herauf zu Hermines Brüsten wandern. Sie strich Hermine federleicht über die Haut, die noch immer umhüllt von ihrer Kleidung anfing, unter den Berührungen zu kribbeln. Hermine keuchte auf und bog ihren Rücken durch, um Pansy noch näher sein zu können. Mutiger geworden, knüpfte Pansy Hermines Bluse auf, strich sie von ihren Schultern, und Hermine seufzte, als der Stoff langsam über ihre empfindliche Haut strich. Pansy küßte Hermines Schultern und wanderte weiter mit kleinen, hauchzarten Küssen an ihrem Schlüsselbein entlang. Hermine erschaudete, als Pansy sie an sich zog. Körper an Körper standen sie da. Nackte Haut auf, Stoff auf, Stoff. Hermine lehnte sich in die Liebkosungen von Pansy, als diese ihr mit den Fingern über ihre Talie und ihren Rücken hinauf strich. Pansys Fingerspitzen wanderten entlang der Naht von BH und Granger, trägst du Spitze? Ein ungesagter Zauber später und Hermines Spitzen bewährte Verführung von einem Stückchen Stoff war von ihren Schultern verschwunden. Pansy strich Hermine über ihre Rippen am Ansatz ihrer Brüste, strich über die Wölbungen hinauf, bis zu ihren harten Spitzen. Die Gryffindor stöhnte erregt. Pansy sah in ihr Gesicht. Die Tränen und der rosa Schimmer, die Spuren vom Weinen, die sich über Hermines Wangen gezogen hatten, hatten einem rötlichen Glühen Platz gemacht. Ihre Hände wanderten zu Hermines Bauch, strichen sanft über die weiche Haut, glitten weiter über ihren Nabel zu ihrer Hüfte und zogen dann vorsichtig an den Bund ihres Rockes. Hermine schluckte, sagte aber nichts und beobachtete, wie Pansy in die Knie ging und mit ihren Händen über den Stoff des Rockes zu ihren Schenkeln gleiten ließ. Neckisch fuhr Pansy mit ihren Fingerspitzen unter den gefalteten Stoff der Schuluniform und Hermine stockte der Atem, als Pansy über das Zentrum ihres Hüschens strich. Nicht! Pansy stockte enttäuscht über den erpuppten Einwand. Doch Hermine lächelte schämisch. Nicht hier! erklärte sie. Und die Knie schämisch.